Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Es gibt endlich nochmal ein Up-to-Date-Video, das heißt wir packen wieder jegliche Fortnite-News, die jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit auf uns drauf zukommen. Zum Glück in einem Video und ich halte euch damit auf dem Laufenden. Und es wird euch freuen, ihr habt es schon am Titel gesehen, am Thumbnail gesehen. Erstmal gehen wir chronologisch mal richtig vor, Patch 7.4. Die Woche des 12.2., das heißt wir gucken mal hier, 12.2. am Dienstag, das ist auch der Dienstag, der Patch-Tag. Dort werden wir erstmal bekommen ein verbessertes AFK-System, das heißt das hat Epic Games schon mal vorgestellt in dem Dev-Update. Quasi so eine Warnung auch für Spieler, die AFK getaggt sind, dass sie als AFK getaggt sind und sonst aus dem Match entfernt werden. Also eine Verbesserung gegen jegliche Leute, die einfach überall in jeder Mission V-Bucks schnorren oder einfach AFK rumstehen oder halt komplette Zicken sind. Wir haben es alle schon erlebt, dass irgendein Vollidiot die ganze Zeit am Spawn rumsteht und egal wie oft er stirbt, weil die Hüllen ihn die ganze Zeit killen, er bleibt die ganze Zeit am Spawn stehen, leider bis zum Ende der Mission und er kriegt kostenlos den gesamten Loot. Wow, super, ihr seid Helden, danke. Aber jetzt kommt etwas, was mich persönlich und wahrscheinlich jeden einzelnen Twin Peaks Spieler richtig glücklich machen wird. Als ich angefangen hatte zu zocken, gab es kein Gold Cap. Gold Cap ist, ja, die Währung Gold, die ist ja bei 5000, ist Ende. Wenn du 5000 Gold hast, dann hast du ein Ausrufezeichen beim Gold Loot stehen und du kannst kein Gold mehr dazu bekommen. Das war früher nicht so. Dann haben sie dieses Gold Cap eingefügt und jetzt wird das Gold Cap entfernt. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Stream Week, ich hatte alles leer gekauft, ja, wirklich komplett alles leer gekauft und ich hatte trotzdem die ganze Zeit 5000 Gold und ich konnte es nicht ausgeben. Wenn wir jetzt mal nachdenken, es gibt momentan so viele Helden im Event Store, dass wir über 18.000 Gold ausgeben müssen, um alle Helden zu kaufen. Was völliger Schwachsinn ist, mit 5000 dann diese Goldbegrenzung hinzulegen. Das heißt, das Gold Limit wird entfernt. Ihr könnt also mehr als 5000 Gold ansammeln. Das ist gerade für die Spieler sehr interessant, die zum Beispiel den Sturmkönig fahren, die viele Lagermissionen spielen oder auch, wenn Reti die Welt kostenlos wird, denkt daran, dass dann sehr, sehr viele Spieler den Steinwald wieder spielen werden und ihr könnt wieder im Steinwald in den Low-Missionen bzw. in den Low-SSV die ganzen Mini-Lamas abstauben und somit auch wieder, wie in meinem aller, aller, aller ersten Video gezeigt, Gold farmen. Also extrem nice. So, das kriegen wir dann Donnerstag in den Shop. Einmal das Yu-Man Sniper Rifle, ja. Es soll eine Einzelschuss-Sniper sein mit sehr viel Schaden pro Schuss. Ich bin mal gespannt. Das klingt für mich nach einem sehr guten Vergleich gegen die Verheerer. Und dann kommt die Dragon's Fist, die Drachenfaust. Das ist ein Hammer, der macht Feuerschaden und hat einen hohen Einschlagswert. Und zumindest die alte Version, die ich hier habe, die hat auch noch ein sehr interessantes 6. Perk. Aber ob diese Waffe wirklich gut ist, das werden wir dann sehen. Da wir ja chronologisch bei Patch 7.4 bleiben und in der Woche, also nächste Woche, beziehungsweise die Woche, die jetzt anfängt hier, denkt daran, dass wenn ihr einen Creator eintragt, ihr könnt zum Beispiel entweder mich eintragen mit dem Namen Evonix bei Unterstützer, einen Creator oder einen anderen Creator, dann erhaltet ihr ab Patch 7.4 diese Tarnung in Battle Royale. Noch ist nichts für Rettet die Welt angekündigt, allerdings habe ich auch schon auf Reddit gelesen, dass Magist bereits gesagt hatte, ja, wir sind da in Diskussion, wir wissen Bescheid, wir wissen, dass es nicht so cool ist, aber denkt daran, ihr habt zum Beispiel auch die X-Ray Llamas bekommen und so weiter. Und da wir, wie gesagt, chronologisch bei 7.4 noch sind, möchte ich auch sagen, was ist denn als wichtiger Bug gefixt? Und das ist nämlich dieser hier. Dupe Protection may not be properly being applied to the Mythic leads in X-Ray Llamas. Was bedeutet das? Habt ihr mal darauf geachtet, ich habe da sehr drauf geachtet, weil ich im Discord sehr aktiv bin, also unser Discord-Server, jeder Spieler, der mythische Anführer in den Lamas drin hat, und man kann ja vorher reingucken, es gibt anscheinend aktuell, weil es verbuggt ist, nur drei verschiedene mythische Anführer, die in den X-Ray, also in den Röntgenlamas, zu finden sind, was sehr kurios ist. Und auf Reddit habe ich gelesen, dass das auch schon Leuten aufgefallen ist, dass es nur drei verschiedene mythische Anführer gibt. Das wird gefixt sein. Das heißt, für alle, die mehr als diese drei mythischen Anführer benötigen, werden die Röntgenlamas demnächst auch wieder interessanter, weil diese Dupe Protection, ja, diese Duplizierungsvermeidung, die wird dadurch auch wieder verbessert. Das heißt, die Lamas, die Röntgenlamas, werden aufgrund von diesem Bug vernünftig wieder funktionieren. Für alle, die jetzt sich denken, yo, ich hab die alle drei schon, die mythischen Anführer, und was mich persönlich auch stört, ist, dass halt sehr viele Items neu angezeigt werden, obwohl sie nicht neu sind. Ich hoffe, das wird hiermit auch gefixt. Genau, gehen wir zurück zu 7.4 Content Update. Das ist dann der 19. Februar. Da kommt die Dragonfire wieder. Das ist die Drachenfeuer, eine Schrotflinte, die auch wieder komplett nur auf Feuerschaden geskillt werden kann, übrigens. Und natürlich die letzte Frostknight-Herausforderung in der Woche des 19.02. Buildings Beware steht hier. Ich würde einfach mal darauf tippen, entweder werden die Gegner komplett auf den Sack gehen, weil sie explosiver Ton haben, oder die haben quasi Wandschwächungen und machen mehr Schaden gegen Wände oder sowas. Irgendwas. Aber wir werden es erfahren, wenn die Patchments kommen. So, und dann kommt das, worauf ich mich am meisten freue. Und ich hoffe, ihr freut euch auch alle am meisten darauf. Das neue Heldensystem. Äh, ja. Season 8. Am 26.02. Lasst mich das mal abchecken. Ich meine, die Season endet am 27.02. Laut Battle Pass. Das heißt, ich, wenn ich raten muss, entweder kommt wirklich am Dienstag der Patch und, ähm, am 27. endet die Season und am 28. beginnt sie quasi offiziell. Oder der Patch kommt am 28. Denn hier steht natürlich Woche des 26.02. Also der Patch wird auf jeden Fall am 26.02. den Dienstag oder am 28.02. dem Donnerstag kommen. Und damit beginnt Season 8. Und Season 8 wird die neue Ära für Rette die Welt. Es gibt nämlich das neue Heldensystem. Oh mein Gott. Warten wir da lange drauf. Seit ich im November dieses Video gemacht habe, wo ich euch im Voraus gesagt habe, dass jeder Winterheld ein Reskin sein wird, weil die am neuen Helden-System arbeiten und deshalb keine neuen Klassen rausbringen werden, seitdem warte ich jeden Tag darauf, dass Epic Games einen Blogpost, ja, auf ihrer eigenen Webseite veröffentlicht, wo sie detailliert über das Helden-System reden, weil sie es uns damals versprochen haben. Das haben sie uns auch hier wieder versprochen, allerdings diesmal mit einem Zeitlimit. Denn es muss vor dem 26.02. passieren. Was bedeutet, innerhalb der nächsten zwei Wochen wird ein Blogpost kommen und innerhalb der nächsten zwei Wochen werde ich endlich mit euch detailliert über das Helden-System reden können. Und ich freue mich da sehr drauf. Also, dann steht hier jetzt nochmal drin, yo, von wegen, wir haben das Feedback gesammelt mit dem Season Gold. Wieso auch immer ist es hier, Season Gold heißt Epic Games. Euer Gold heißt einfach nur Gold. Das seht ihr selbst im Store. Aber es hieß damals, vor einem Jahr hieß es mal Season Gold. Das ist schon korrekt. So, dann wird hier noch gequatscht. Ja, das neue Helden-System, bla, okay, das können wir eigentlich ernsthaft überspringen, weil das ist nicht so das Interessante. Das Helden-System ist das Interessante. Es gibt keine Details, wie gesagt, der Blogpost kommt noch. Aber, hier steht natürlich auch, genau, hier steht es nochmal dabei, für das Helden-Loadout selbst werden wir auf jeden Fall noch einen In-Debt, ja, also einen detaillierten Blogpost und ein Dev-Update-Video. Und hier mal für alle, die es nicht mitbekommen hatten, uns wurde bereits ein neuer Angriff von der Lux gezeigt in einem Dev-Update-Video. Also, dieses Schweben in der Luft nach dem Klingensturm und in diesem Schweben haben wir halt die Schattenhaltung und wir können schießen. Also, seid gespannt. Ja, und als Teil dieser Veröffentlichung vom Helden-System wird es noch andere, komplette Veränderungen geben. Und zwar, es gibt veränderte Missionsbelohnungen, damit man manche Helden nicht mehr doppelt bekommen kann. Dann, pass auf, Marking all of the heroes eligible Boah, locker falsch ausgesprochen. For Reset, ja. Das bedeutet, diese Skizzen-Zurücksetzung, was mittlerweile bei Nahkampfwaffen ist, wenn man nämlich in der unteren Leiste auf mehr klickt und dann auf irgendwie Skizzen-Zurücksetzung oder sowas, das kann man auswählen, genau wie die Sammlungsmarkierung, dann werden, ähm, Helden und auch Waffen markiert, die man zurücksetzen kann auf Level 1. Bedeutet, man bekommt natürlich alle Ressourcen wieder, die man reingesteckt hat, aber man recycelt nicht diesen Helden oder diese Skizze, sondern diese Skizze oder dieser Held ist wieder auf Level 1. Das wird Epic Games machen, und zwar mit allen Helden, die verändert werden. Also mit jedem Winterhelden. Heißt, ihr könnt euch all eure Erfahrungspunkte, die ihr jetzt da reingesteckt habt, wieder zurückholen, ohne jeglichen Verlust und ihr behaltet trotzdem noch den Helden. Also keine Sorge. Was jetzt auch noch interessant ist, es wird dann 8 einzigartige Missionen geben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit den Quests wirklich Missionszonen meinen. Da würde ich nicht drauf tippen. Ich denke eher, dass es sowas ist wie ein täglicher Auftrag, aber halt davon 8 Stück. Was weiß ich, zum Beispiel Kill 150, Gegner mit dem Teddybär und du schaltest einen neuen Entdecker frei, der jetzt im Heldensystem überarbeitet wurde. Sowas kann ich mir vorstellen. Es wird 8, ähm, ja, Missionen geben und für jede dieser 8 Missionen gibt es einen Helden als Belohnung. Gerade für Anfänger ist das absolut interessant, weil im Anfängerbereich hat man nicht gerade gute Helden zur Auswahl, vor allem auch nicht viele Helden zur Auswahl und ich denke, dass das hier eine sehr, sehr schöne Lösung ist, für jeden Spieler, der anfängt zu spielen. Und das leitet auch so ein bisschen über in, wir haben mittlerweile alles ganz große abgehakt, fehlt noch die Twine Story. Vielleicht wird das Spiel ja dann doch kostenlos im Sommer. Ich hoffe es. Genau. Dann gibt es noch diesen netten Satz hier und zwar, die machen es so, dass man manche Eventhelden, die man eventuell verpasst hat und die man nicht aus dem Sammelalbum forschen kann, durch diese 8 Quests bekommen kann. Natürlich würden sich jetzt wieder viele Leute mit Wünschen äußern, aber wir wissen nicht, was die Belohnungen sind. Ich denke auch nicht, dass die es in dem Blogpost veröffentlichen, was die Belohnung wirklich ist, also welche Heldenklassen wir kriegen, sondern ich denke, es bleibt geheim und wir dürfen uns überraschen lassen, weil dann hypen wir Spieler den Content selber wieder hoch. Also für Epic Games ist das natürlich komplett vorteilhaft. Ich habe euch das Ganze hier auch mal verlinkt, ja, die Roadmap in der Beschreibung, für alle, die sich jetzt Kommentare von Magis noch durchlesen wollen, weil er kommentiert ja noch fleißig, er hat es hier vor 11 Stunden gepostet noch, nee, vor 12 Stunden gepostet, vor 11 Stunden geantwortet. Ich habe mich gefreut, euch nochmal so ein News-Video machen zu dürfen, ja, denkt dran, also nochmal kurzer Recap, X-Ray Lama's gefixt, Support Creator, Pinke Kamu, ganz schön witzig und Heldensystem in Season 8. Ich freue mich und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.